Ich komme aus Puerto Rico. Die Musik war in meinem Leben sehr, sehr wichtig. Ich habe diese Liebe von Musik durch meine Mutter entwickelt. Ich lebe schon seit 2008 hier in Hamburg. Ich versuche, mit meiner Musik und meiner Komposition das Leben von anderen Leuten zu erzählen, ein bisschen näher zu beobachten und die Geschichten von anderen Leuten zu erzählen und auch meine Geschichten. Wenn ich komponiere, arbeite ich mit verschiedenen Musikrichtungen, nicht nur Latins, das eigentlich kommt aus meiner lateinamerikanischen Wurzeln, sondern auch Pop, Swing und Jazz. Das Album On the Neon Stars ist ein Spiegel für mich. Ich wollte das Leben von anderen Leuten, diese Spiegel repräsentieren, aber auch mein eigenes Leben. Die Titelsong unter Neon Stars erzählt die Geschichten von Frauen, die auf der Strasse von St. Pauli arbeiten und die Männer, die am Wochenende nach St. Pauli kommen. Aber auch der letzte Strophe erzählt, wie ich mich mit der Stadt fühle und was ich von der Stadt erwarte. Das Lied Lady Monique ist ein Porträt von einem Transvestit aus St. Pauli. Mit diesem Lied wollte ich ein bisschen näher in das Leben von einer Person, die sich verwandelt, schauen. Und für mich sind Transvestiten ein Kunstwerk auf zwei Weinen. Ich habe für Julits Kompositionen die musikalischen Arrangements ausgearbeitet und da habe ich dafür gleich einige Instrumente selbst eingespielt. Tasteninstrumente, Gitarre, Kontrabass, bei einem Stück das Akkordeon. Als das alles im Kasten war, habe ich es dann auch noch tontechnisch abgemischt. Wir hatten uns bewusst dafür entschieden, einen Großteil der Aufnahmen bei Judith und mir in der Wohnung zu machen. Das hat uns sehr viel künstlerische Freiheit gegeben. Wir konnten hier in familiärer, stressfreier Atmosphäre aufnehmen, hatten keinen Zeitdruck und es hat den kreativen Prozess insgesamt sehr genützt. Es ist ein großer Spaß, die Songs der CD live zu spielen. Ich konzentriere mich dabei auf die Tasteninstrumente. Aber wir haben eine tolle Band dabei mit Musikern, mit denen wir schon sehr lange arbeiten, die die Songs der CD wirklich sehr schön umsetzen. Ich würde sagen, die Band arbeitet inzwischen traumwanderisch zusammen. Wir sind ein echtes Team, eben nicht für ein Projekt zusammengewürfelt, sondern wirklich eine Working Band, wie man sagen kann. Und das ist ein absoluter Vorteil. Jeder kann sich auf jeden verlassen und das hört man auch. Das war's.